Ich bin Schlossberg, wir bedanken uns von Brennzeig für eure Nominierung und wir werden uns nass machen lassen von allem, was hinter uns steht, wie immer. Und wir nominiere auf speziellen Wunsch von der Samantha Avaudi, Auszubildende von Arburg, das Krankenhaus in Wolfach und die Azubis von der Sofina. Und jetzt kann es losgehen. Wasser, Marsch! Und wir sind nicht so richtig losgemerkt, wir nehmen Eiswasser, kein warmes Wasser. Danke! 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 Danke!